Zum 1. März hat das Landesarchiv Sachsen-Anhalt ein Pilotprojekt gestartet. Bis zum 31. Mai 2022 bietet das Archiv eine Online-Beratung für die allgemeine Öffentlichkeit an. Das Archivgut steht allen Interessierten offen. Über die Online-Recherche können Dokumente bequem von zu Hause aus ermittelt werden. Dies unter recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de Oft aber ist eine Suche insbesondere für unerfahrene Nutzende mitunter schwierig. Bisher waren Anfragen schriftlich und telefonisch möglich. Eine individuelle Anleitung zur gezielten Nutzung der Online-Recherche ist dabei nur eingeschränkt möglich. Das Landesarchiv bietet nun an, Termine zur unentgeltlichen Online-Beratung zu vereinbaren. Per Videokonferenz lassen sich Fragen zur jeweiligen Suche besser beantworten. Interessierte können bis zum 31. Mai eine E-Mail an onlineberatung.la.sachsen-anhalt.de schicken. In der Anfrage sollten die Fragen, das Thema der Recherche und bevorzugte Terminkorridore Montag bis Donnerstag von 9 bis 16.30 Uhr, Freitag von 9 bis 12.30 Uhr genannt werden. Das Landesarchiv meldet sich anschließend zur Abstimmung eines Videokonferenztermins zurück.